Willkommen zu einer neuen Runde Survival Games, diesmal auf dem gommahd.dk-Server und wir starten auch schon. Komm schon, lass mich starten! Hupp! Komm, eins, zwei, drei, Moment mal. Verpiss dich doch, das ist mein Platz! Oh, geht ja mal gar nicht, ey. Hab gar nichts bekommen. Ist ja auch weniger das Problem jetzt, so. Wir suchen mal hier vorne vielleicht irgendwo eine Kiste. Vielleicht finden wir eine Kiste. Nein! Oh Gott! Tötet mich nicht! Tötet mich nicht! Danke! Ich hab zwar gerade gar nichts, aber... Sonst eigentlich passt alles, ne? Ich bin ja total ausgerüstet mit gar nichts gerade. Die Unverwundbarkeit ist zu Ende. Wen freut's? Natürlich mich nicht. Ich hab nämlich gar nichts. Alter, die killen sich aber ordentlich gerade. Ach, bitte nicht töten. Oh, verdammt, ey. Gut, dann muss ich schauen, ob da was, äh, da gelassen wurde im Spawn. Was ich aber weniger glaube. Nichts. 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 Wow. Ein Champignon. Dankeschön. Das kann ich gebrauchen. Essen! Dankeschön fürs Essen. Da ist nichts drin. Da ist nichts drin. Hier ist nichts drin. Alles schon gelötet, oder war's? So, jetzt heil ich mein Leben schon mal. Ach, die kämpfen? Da komme ich dazu. Hi! Oh, ja! Oh, ja! Right, awesome! Oh, ja! Wie geil! That's awesome! That's awesome, das Level 100.000! So. Ich hab ne Dia-Spitzsacke, ich weiß nicht. Da vorne ist der. Hi. Auf ihn! Auf ihn! Ja, Mann, erledigt! Na, super! Die Pfeile gehören mir. Ich brauch die Pfeile. Pfeile? 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 Ach, wie geil. Gut. Junge. Steinpferd. Gut. Weg. Diamant-Beinschutz! Wie geil! Pfeile? Noch ein Diamant-Beinschutz! Haha! Hat er die Pfeile? Oh, jetzt hat er die Pfeile eingesammelt. Naja. Kann man nichts tun. Er schmeißt weg und weg und weg und weg und weg. Da, ich schmeiß es ihm zu. Ich schmeiß ihn einfach zu hier. So und da und... Nein! Nein! Gib mir das zurück! Verdammt! Ja! Und los geht's! Komm! Come on, Timmy! 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 Wie will er leben? Viele leben nicht mehr? Wir versuchen es jetzt einfach mal irgendwie. Gleich abbauen. Zack und zack. Okay. Funktioniert nicht. Wäre auch zu geil gewesen, so als Brot essen. Komm, Timmy! Wir sind ein Team. Du musst folgen. Ach, hier. Hi. Los jetzt! Greif ihn an! Timmy! Greif ihn an! Timmy! Ach, egal. Da ist nur eine Dierschaufel. Ein Eisenschwert. Das ist gut. Das ist besser. Da. Wir haben ein Eisenschwert. Nein! Oh Gott! Stirb! Ja! Super! Da ist noch einer! Nein! Nein! Timmy! Timmy, hör auf! Ich hab doch gerade Frieden gezeigt. Mann! Was denn hier, Mann? Leute! Ich zeig extra Frieden, Junge! Nein! Alter, wenn der mich abschließen will hier. Das geht ja mal gar nicht. Ach, egal. Gut, dann kämpfen wir halt. Komm her. Komm zu Papa. Was zur Hölle? Ja, lauf in die Lava. Lauf in die Lava. Und tot. Na! So, nein, Timmy. Nein. Da fehlt noch einer und dann gibt's einen Endkampf von uns zwei. Wo versteckt sich der eine? Oh mein Gott, sie haben Kenny getötet! Okay, gefuttert habe ich schon mal. Da komme ich nicht rein. Lol. Von der Seite komme ich nicht rein. Und ja, ich hab den Wunsch von einem meiner Abonnenten, äh, in den Kommentaren gelesen. Und zwar, ja, meine Kraft-Texturepac soll nicht so oft verwendet werden. Ich dachte mir einfach, ja gut, dann machen wir das mal. Das sollte ja eigentlich jetzt weniger das Problem sein. Was los hier? Wieso leckt das denn so sehr? Ja. Timmy verließ die Ar... Timmy, nein! Wieso? Er war noch so jung. Er war noch so jung. Lol. Was war das gerade? Das war jetzt aber nicht gerade gewünscht, ja? Ich hätte ihn beinahe gehabt. Hier vorne war er nämlich. Oh, Leute. Schaut euch das an. Mal schauen, ob ich jetzt davor hinkomme. Bevor ich wieder zurückgeportet werde. Da unten steht er nämlich. Wow. Aber wir kommen... Millimeterweise nach vorne. Ich werde immer zurückgeportet. Oh! Wow. Braucht erst mal drei Sekunden, bis es kommt. Okay. Ist der gerade weggegangen? Pfeile? Keine Pfeile. Neun! Neun! Tschüss! Tschüss! Alter, was war denn das gerade für ein Leggy? Ey, so ein Leggy-Abenteuer ist auch kein Problem. Also, mal schauen. War ein Leggy-Abenteuer? Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschau!